Oh! Ja! Steffen Tigges wird eingewechselt! Doppelwechsel BVB! Steffen Tigges und Julian Brandt kommen! Let's go! Steffen Tigges! Steffen Tigges, der hat bei meinem Verein gespielt, der hat mich mal trainiert, der ist auf meine Schule gegangen! Mein Mann, Steffen Tigges! Jetzt kann nur noch Tigges das Ding retten! Jetzt kann nur noch Steffen Tigges das Ding retten! Oh, Erling Haaland muss raus! Haaland muss raus und jetzt kommt Steffen Tigges dafür in Sturm! Das wird gefährlich! Wenn Haaland geht raus, also wenn Steffen Tigges ein Tor schießt, kann ja nicht sauer sein, da muss ich mich freuen! Auch wenn es für den BVB ist, bei Steffen Tigges muss ich mich freuen! Steffen Tigges steht vorne, wie geil ist das denn? Direkt mal ein langer Ball in Richtung Tigges! Oh, der gewinnt das Ding gegen Boateng! Junge, wie geil! Ich habe schon mit diesem Typen Fußball gespielt und der spielt jetzt gegen fucking FC Bayern! Gegen das beste Team der Welt momentan! Laut Weltpokal!